Das ist ja ein Rohrbruch. Das habe ich nicht gewusst. Ich muss ja kurz telefonieren, da ist nicht das richtige Werkzeug dabei. So, das gute Ding ist jetzt wieder heile. Fließendes Wasser haben Sie. Sollten doch noch Probleme entstehen, Sie haben ja meine Nummer. Innerhalb der nächsten 2 Stunden sind wir wieder bei Ihnen. Vielen lieben Dank. Nein, ich bin noch beim Kunden, aber ich bin eh geil. Nein, den 16er Hammer und die 12er Schilling, die ich brauche. Ja, ich habe mit meinem Kollegen telefoniert und der hat gesagt, das haben wir gerade nicht im Lager. Das ist das Werkzeug, wir müssen dann nächste Woche wiederkommen. Am besten machen Sie sich auf unserer Homepage noch einen neuen Termin aus.